Hallo Leute, heute spielen wir Happy Zone. Ein sehr cooles Spiel. So, ich will mal hier sehen, kann ich kaufe erst mal alles durch. Ich habe hier nämlich einen Sniper. Dauert immer ein bisschen. Und jetzt geht es weiter. Das hat nicht so gut funktioniert. Teer. Reben. Abweilen wir noch das. Smoke. 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 Okay. Sehen kann. Hier eine gute Waffe. Die spielen nämlich jetzt in Kada. Ein sehr schweres Spiel. Aber ich spiele gar nicht gerne. So. Das finde ich immer lustig. Das ist ja irgendwie so immer vorzunehmen. Keine Ahnung warum. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Nehmen wir hier erst mal Gift. Erst mal. Gift. Geld. Das ist echt Geld. Cool. Schön. Schön das anziehen. Okay. Okay. Oh Mann. Ich brenne. Ich brenne. Oh Mann. Ich brenne. Ich brenne. Ja. Bing. Juhu. das machen noch was zum heilen nehmen wir auch mal sind wir voll das wird das jetzt Übrigens, dieses Spiel spielen wir so lange, bis ich alle Wappen habe. Der Kaktus, der Kaktus, der Kaktus, okay, wir haben gewonnen, das ist gut, ich bin der Erste geworden, das ist jung, das ist, dann spielen wir hier nochmal Kino-Klamm, auch ein guter Modi. Also, ja, ich wollte so ein 10-Minuten-Video halt, wie meistens. Okay, hier, hier. Hier, hier, hier. Let's! Hier, hier. Okay, das ist ein Rettung. Okay. Ich habe den Rettung. Schroeder. die 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 wenn uns hier ein dann wird er gar keinen schönen. Und auch Togo macht dann auch Minecraft und Togo macht dann auch irgendeinen Minecraft Let's Play Livestream, wenn wir da genug Abonnenten haben. Übrigens, wenn wir davon ja schon reden, könnt ihr dann das könnt ihr genutzt abonnieren, damit wir vielleicht Minecraft Livestream machen sollen. Also wahrscheinlich machen wir schon Minecraft Livestream. Irgendwann. Ist auch ein beliebtes Spiel, muss ich dazu auch sagen. Mhm. Fortnite GTA spiel ich gar nicht. Bazooka, kann ich auch sagen, ich hab genug Pokale dazu. Okay. 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 Jetzt noch ein paar Spiele. Mhm. Mhm. So. So. So, 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 so. Schaffen wir schon. Nee. Muss ich erstmal heilen, Jürgen. So. So. Oh, neIn. Nein. Nein, schade. Nein. Schade. aber es ist okay Winnie gone! Winnie gone! Schade, der Raustrol ist schon übermessen. da haben wir gewonnen in den Münzen ok da bekommt man auch neue Waffen und solche Hals abholen wir hier ok ok jetzt muss ich das hier abholen dann machen wir jetzt noch eine Runde und dann war es jetzt so ein Video und nicht vergessen liken und abonnieren bitte weil ja ich möchte halt auch mal ein Livestream machen in Minecraft in Minecraft ja ok ok keine Ahnung woran das mir nicht schaden hat aber sehr gut ok ja 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 das ist so ähnlich wie Fortnite ja ok das wird jetzt komplett ich glaub das war's ich glaub das war's ja das war's leider schade dann war's auch mit dem Video also ich glaub das hat euch gefallen und glaub ihr habt geliked und abonniert das ist ja nicht nett und ja dann sehen wir uns im nächsten Video tschau 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 tschau